Wie baust du eine Agentur auf, die im Monat 100.000 Euro Umsatz macht? Wie funktioniert das? Welche Bausteine werden dafür benötigt? Und in dieser Ausgabe zeige ich dir, welche Bausteine du benötigst. Viele Agenturen, die es gibt oder die sich gründen, haben die Herausforderung, dass sie überhaupt gar keine Angebotspalette haben, die darauf ausgelegt ist, über 100.000 Euro im Monat zu machen. Denn diese Marke von 100.000 Euro schaffst du über deine Bestandskunden. Das heißt, du brauchst natürlich auch Upsell-Angebote. Zusätzlich benötigst du auch eine richtige effiziente Positionierung. Diese Positionierung bedeutet, du machst zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung. Du machst zum Beispiel Webdesign. Du machst zum Beispiel Recruiting. Du machst zum Beispiel Videografie. Also je nachdem, in welcher Nische du bist, empfehle ich dir, dich zu positionieren und Upsell-Produkte nur im Rahmen, was zu dir passt, aufzusetzen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn du jetzt eine Videografie-Agentur bist, empfehle ich dir nicht, noch unter den gleichen Firmenlagen Suchmaschinenoptimierung anzubilden. Fast nicht. Das macht eher unsicher. Das ist so diese indische Küche. Dort gibt es Pizza, Burger, Chinesisch, alles, aber alles schmeckt nicht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das beachtest. Und natürlich ist auch wichtig, dass du einen effizienten Vertriebsprozess hast. Von dem Lead-Vorbereiter bis zum Follow-up. Dass dort alles richtig in standardisierten Prozessanläufen aufgebaut ist. Das heißt, du brauchst auch mal ein richtiges Angebot. Und du brauchst eine richtige Angebots-Struktur. Das bedeutet, du brauchst einmal ein richtiges Einstiegsangebot für den Anfang, wenn dein Kunde bei dir einschweift. Und dann eben auch Upsell-Angebote. Und das ist ganz, ganz wichtig, damit du hier eben wirklich, möglichst schnell auf 100.000 Euro kommst. Wie pitcht man jetzt ein Upsell? Wie gewinnt man überhaupt Kunden für sein Einstiegsangebot? Wie sieht so ein richtiges Einstiegsangebot aus? Wie sieht ein Vertriebssystem aus, das dir 100.000 Euro als Agentur im Monat bringt? Wie funktioniert das Ganze? Ich will nicht so lange erzählen, sondern hier einfach meine kostenlose Online-Academy. Und zwar die Agentur Business Masterclass empfehlen. Die ist kostenlos. Das sind vier Module. Du findest das Ganze unter www.agenturbusiness.de. Das kannst du dir kostenlos sichern. Und dort gehe ich auf jeden Baustein im Detail ein. Wenn deine Agentur auf 100.000 Euro im Monat skaliert werden soll, dann sichere dir diesen kostenfreien Online-Kurs. Der wird dir sehr, sehr stark und schnell dabei helfen. Deswegen geh jetzt in die Beschreibung oder geh auf agenturbusiness.de und sichere dir das Ganze. Und dann ist eben noch entscheidend, dass du 110% gibst. Dass du auch richtige Mitarbeiter on board bist. Dass du die findest und so weiter. Aber das Ganze, wie bereits erwähnt, findest du dann auch nochmal hier. Sicher es dir jetzt. Gib 110% und skaliere deine Agency auf über 100.000 Euro. Weil dann macht es richtig Spaß.